So, hey Leute und herzlich willkommen bei einem kleinen neuen Unboxing. Und zwar seht ihr, es geht um Aristia, die ultimative Sportschau. Die habe ich mir auf dem Spiel in Essen 2018 gekauft und ich habe das Spiel schon lange im Auge gehabt. Jetzt ist es aber immer für so einen sehr hohen Preis bei Amazon gewesen oder auch bei anderen Firmen. Dann sage ich mal für 100, 110 aufwärts und dann meistens sogar manchmal nur die englische Version und nicht mal die deutsche. Und ja, wie gesagt, ich über den Stand gerannt, die original, also da war sogar der Stand selber von denen da und alles nur auf Englisch. Das war total krass. Und dann bin ich einen Stand weitergelaufen und da hatten sie ein Exemplar stehen, aber auf Englisch. Und sage ich, ja, habt ihr es auch auf Deutsch? Oder ja, ein einziges, da habe ich nicht mal nach dem Preis gefragt irgendwie. Ich habe direkt gesagt, gekauft. Und dann sage ich, achso, wie viel kostet es eigentlich? Und da sagt die, ja, 46 Euro. Ich so, ohohohoho, einpacken, 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 gar nicht lange überlegen. ja und dann habe ich es mitgenommen Leute und jetzt zeige ich natürlich wieder in einem hochqualitativen Video euch was da schönes drin ist was mir gefällt, was mir nicht gefällt und wir packen es jetzt aus noch vorweg, ich habe ein neues Stativ ich hoffe, na gut, euch fällt es nicht auf aber jetzt kann ich endlich mal auch weitere Aufnahmen, sage ich mal, machen und drehen und schwenken und sowas das ist zwar ein bisschen einfacher das Stativ, aber trotzdem funktioniert es das einzige Problem an der Geschichte ist irgendwie, ich glaube ich muss stehen ich muss mir echt mal überlegen, ob ich hier noch meinen Stuhl irgendwie dann hinquetschen kann aber für dieses Video nehme ich das stehend jetzt für euch auf, also ihr merkt schon, ja Blutschweiß und Tränen nur für euch und das Video. Die Verpackung sieht an sich sehr sehr cool aus, muss ich sagen wir sehen hier schon die ganzen Spielshow Helden in dem Sinne und wenn wir das Ganze mal umdrehen sehen wir hier ein kleines Feld wir sehen hier ab 14 Jahre wenn man sich nicht ganz doof anstellt dann finde ich, geht das auch auf 12 zwei Spieler, das heißt nichts 1 bis 5, 2 bis 6 oder, nein, es sind wirklich zwei Spieler mehr nicht, ihr zwei und das war's dann 60 bis 90 Minuten sprich für Leute, die das wirklich 1er können, weil alle anderen brauchen mindestens 3 Stunden wenn nicht aufwärts und wir sehen, das ist von Corvus Belly wo auch natürlich Infinity her ist und Infinity habe ich ja schon viele Sachen von gezeigt aber, und was ich auch sehr geil finde von Infinity und daher dachte ich ja, wenn die natürlich noch ein Spiel rausbringen, warum denn nicht das kann doch ganz cool sein natürlich hat Infinity halt Metallfiguren und soweit ich weiß ist hier aber Plastik drin so, hier steht ein bisschen drauf was da drin ist aber das schauen wir uns ja jetzt alles mal live an und dann machen wir jetzt einfach mal die Verpackung auf und hier fängt es direkt an die Spielanleitung erstmal eine Spielanleitung genauso groß wie dieses Viereck ist wir blättern mal durch ja, hier wird so ein bisschen was gezeigt sehr schön alles voll in Farbe ja, Papier ist auch relativ wertig muss ich sagen hier wird sogar noch die Würfel genau erklärt also einfach mal auf ein paar Seiten wirklich das komplette Spiel ein bisschen erklärt das finde ich ganz gut dass es nicht so elends lange Seiten sind wie bei Infinity das ist ja dann ein bisschen extremer sehr nett sieht schön aus ja das legen wir mal hier zur Seite lege ich mal hier so rüber so dann haben wir noch Aristeia führe die menschliche Sphäre ok führen für die menschliche Sphäre ok ich denke mal da werden Charakter ah ja hier werden die ganzen Charakter erklärt quasi wer wer ist und was ihn so vorantreibt es sind sehr coole Ausschnitte sag ich mal ja es sieht schon mal ja da haben sie sich was bei gedacht muss ich ehrlich sagen ja erwartet man auch ein bisschen natürlich ein bisschen Werbung hier hinten auch zwei Spiele Einstiegspunkt Ice Storm hab ich Ice Storm ja doch ich hab doch Ice Storm ne hab ich Ice Storm gekauft boah ich weiß gar nicht mehr aber ich glaube ich hab ne oder Firestorm ach wie auch immer es hieß irgendeinen Teil hab ich davon gekauft und euch ja auch schon gezeigt falls euch das interessiert Infinity hab ich in der in der Playlist so dann haben wir hier Aristeia Global Leech Season 1 hier könnt ihr unter aristagames.com und was haben wir hier nichts einfach nur Corvus Valley und Earth Ridge ok wahrscheinlich der nächste die nächste Erweiterung die ansteht und jetzt fangen wir schon mit dem Spielinhalt an so was haben wir schönes wir haben einmal ah das Spielfeld selber ihr seht das ist sehr cool eingepackt also und wir gucken mal stopp so hier eine relativ ach das geht das Feld ist relativ klein muss ich sagen das ist nett das passt auf jeden Küchentisch auf jede Arbeitsplatte und ja das ist nice das ist sehr cool und es sind sogar zwei Spielfelder glaube ich hier einmal das hier und einmal wenn wir es drehen ja schaut mal wenn wir es drehen dann sieht das noch mal so aus also hat was ist auch auf jeden Fall hochwertige Hoppe muss ich sagen also die Frage ist nur wie oft kann man das hier hin und her knicken bis es irgendwo mal auseinander fällt aber ansonsten hochwertig auf jeden Fall ist matt ja ist matt und wie aus den meisten Tabletop Games oder Board Games oder oder Brettspiel Games ja ist das Ganze ja hier sind einfach mal die zwei ich denke mal Plateaus für die zwei Spieler ja der eine kriegt so ein Plateau und die kann man auch glaube ich lass mich jetzt lügen aber kann man die da so dran setzen ja ihr seht der eine kriegt dann die eine Hälfte vom Spielfeld der andere die andere und extra so gemacht dass man das hier anlegen kann das ist ja mal mega cool gemacht an die Arena zum Anlegen zu einem falls ihr es nicht ganz seht sind die sogar hier die Einlagen so gemacht dass das alles einen festen Punkt hat und nichts wackelt hier drin ja das heißt das hier ist extra so ausgeschnitten für dieses Spielfeld also für dieses für diese Arena und die zwei Spieler Plateaus sind auch extra hier aber es ist so eine Kante und Ecke drin dass die nicht verrutschen also wirklich cool so sieht das Ganze aus von hinten nur schwarz hat was sieht okay aus dann haben wir natürlich wieder ganz viel Zeug zum Stanzen sieht auch recht hochwertig aus sogar das hier ist sehr cool so kleine Marker mit Bildchen drauf finde ich sehr sehr schön das hier sind einfach nur rote Dreiecke ich denke mal Lebenspunkt oder irgendwie sowas ah Totenmarker ah ein bisschen gut hier ist dann natürlich nur in 2D gezeigte ich denke mal das sind so Minen schätze ich mal oder einfach nur so ja Platten hätte ich beinahe gesagt damit man da nicht durchschreiten kann wie diese Wasserminen wisst ihr so dann haben wir hier natürlich noch eins okay es gibt zwei Stanzbögen einmal mit Bewegung Frost Gift keine Sicht also wie gesagt wenn ich einiges vielleicht jetzt falsch aufzähle ich zähle das nur so auf wie es mir vorkommt weil wir es aus anderen Spielen kennen aber wenn das natürlich hier jetzt immer was anderes zu bedeuten hat dann tut es mir leid ah sehr schön wir haben hier von der Seite das und wenn man es rumdreht haben wir nochmal andere Effekte sehr interessant sehr cool gemacht und dann seht ihr haben wir hier auch schon wieder ein Fach und hier rüttelt nichts hier geht es dann weiter hier ist dann die das Referenzheft ja und das ist natürlich wieder so ein kleiner Klopper ja weil es gibt wahrscheinlich sehr viele Fragen und dieses Buch bietet alle Antworten natürlich zu Genüge ähm ja ihr spielt also ihr habt quasi 5 Seiten jetzt mal grob gesehen 5 Seiten für das Spiel zu lernen und ab dann wird es schwierig ab dann dürft ihr 40 Seiten erstmal noch nachschauen interessant aber auch sehr hochwertig gemacht sehr sehr bunt vor allen Dingen das Spiel ist sehr bunt der ist so ein bisschen asiatisch angehaucht muss ich ehrlich sagen wenn ich mich jetzt nicht ganz weit aus dem Fenster lehne aber hat sowas einfach und was haben wir hier noch wir haben hier so einen kleinen Stickerbogen aha ok mal gucken und was haben wir hier als nächstes wir haben die Würfel interessant die Würfel die packen wir jetzt aus so weg damit ja was sind das für Würfel die Würfel sind sehr qualitativ niedrig also es sind wirklich ganz einfache Plastikwürfel mit einfach irgendwelchen Symbolen drin ja wahrscheinlich Symbole die man dann braucht die man dann benutzen kann und so weiter die dann Fähigkeiten äh wo dann die Spieler die Fähigkeiten für brauchen und so weiter kennt man schon aus anderen Tabletop oder Warhammer Spielen äh ansonsten sind die die hätten sie was hochwertiger machen können finde ich ich meine gut das sind im Endeffekt nur Würfel aber naja ich mag halt wenn die Würfel wirklich was hergeben und die sind einfach nur schlicht und einfach was haben wir als nächstes ja wir haben dann quasi nur noch ein paar Karten und auch die Figuren was haben wir hier hier haben wir ja ja was ist Teller wir gucken einfach mal nach was das ist sieht ja interessant aus sieht aus wie die ganzen Helden schätze ich mal nur so als kleine Karten ach das sind diese super kleinen Karten wahrscheinlich ach schaut doch mal und die haben verschiedene Zahlen drauf vielleicht Kosten oder Reihenfolge oder was auch immer aber sie sehen halt wirklich gut aus das kann man nicht sagen haben sie wirklich schon gemacht die Karten sind auch an sich schöne dicke Pappe muss man sagen ist auch sehr hübsch gemacht also sie sehen wirklich gut aus also da kann man echt nichts sagen die sind wirklich qualitativ sehr nett vielleicht sind das auch einfach nur die Karten damit man weiß wer wen spielt oder wer wen hat packen wir die mal wieder hier hier ein irgendwie so dann haben wir noch oh dann haben wir als nächstes haben wir so ein paar Glitzer Karten interessant die packen wir auch mal direkt aus vielleicht auch von jedem einzelnen Held irgendeine Fähigkeitskarte aber ein Glitzernd was ist das ausweichen füge deinem Wurf das Symbol hinzu bevor du einen Wurf durchführst interessant ah die Karten haben wir zweimal drin anwesend haben wir zwei drin konzentration haben wir zwei drin nein das Look ist mit den Harten Atem holen an den Plan halten sehr nett auf jeden Fall die Glitzerkarten die sehen wirklich geil aus die Holos also gestaltet sind die Karten mehr als geil könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben wie ihr die gestaltet findet ich finde die wirklich nice ja die haben hier so einen kleinen ja ihr seht selber so einen kleinen Bogen ich meine die muss man ein bisschen dagegen drücken und biegen aber ansonsten sehen die wirklich nett aus vielleicht sind das die Spezialfähigkeiten von den einzelnen Helden wie gesagt so viel möchte ich gar nicht über das Spiel verraten eigentlich weil ich selbst noch gar nicht die Chance hatte reinzuschauen groß aber deswegen ist das ja auch hier nur ein Unboxing und keine Revue und dann haben wir hier noch mehr Karten und zwar Wild Bill ah ach das sind ich denke mal das sind jetzt die ganzen Charakterkarten kann das sein ja seht ihr mit den ganzen Profilwerten auch recht dünne Pappe aber recht ordentliche also so standardmäßig wie man es aus anderen Spielen kennt sehr nett auf jeden Fall ich denke mal man stellt so sein Team zusammen ja und jeder hat dann vielleicht so drei oder vier Spiele auf dem Feld und die kloppen sich dann einfach drum herum ja sehen sie ja gut aus hinten ist halt auch immer ein Bildchen noch drauf von denen finde ich auch sehr nett gemacht und dann haben wir noch ich denke mal das sind jetzt Fähigkeitskarten kann das sein ach ok die haben nur hinten Aristeia stehen und gucken wir mal ja von jedem zwei also die hier gab es jetzt nochmal extra anscheinend die gab es jetzt einfach nochmal extra in in holo wahrscheinlich extra eine Sonderedition oder so habe ich da gekauft ich weiß es nicht ganz und ja und dann gibt es halt noch die weiteren Fähigkeitskarten extra für die einzelnen Champions schätze ich mal und die sehen wirklich nice ausgemalt also wirklich super gezeichnet auf jeden Fall also das Spiel muss ich mir unbedingt auch mal anschauen wie gesagt ja Leute ihr kriegt von mir auf jeden Fall dann noch ein Review oder ein Spieleguide wie auch immer wie man spielt aber ihr kennt mich das verzieht sich immer alles leider nach hinten weil man ja auch selbst auch nicht so viel Zeit hat immer und ja aber es kommt es kommt ja sehr schön viele Karten sind auf jeden Fall drin und nun kommen wir ja zum Highlight und zwar zu den Figürchen und zwar ich hole die einfach mal direkt raus die sind aus Plastik habe ich ja gesagt und jetzt schauen wir uns einfach mal alle an so sehr groß sind sie ich kann mal kurz habe ich hier ja ich habe den Zollstock parat das heißt für euch extra mal die Höhe von Einzelnen und zwar Augenhöhe 4,5 könnte man sagen ja also 4,5 ist schon recht nur groß auf jeden Fall ist sehr groß klar das Plastik ist hier ein bisschen gebogen an sich der Kunststoff ist nicht ja also ein bisschen Bearbeitung muss man reinstecken und vor allen Dingen muss ich auch sagen detailliert hm nicht schlecht könnte aber besser sein und wenn ich mir das hier jetzt mal anschau warum ist da Kleber drauf das heißt die haben die vorher schon alle geklebt die waren wahrscheinlich in Einzelteile hätte ich mir sogar dann eher gewünscht aber da es ein Brettspiel ist wollten sie es schon vorher natürlich denke ich mal einzeln gegossen und dann wollten sie es schon zusammenkleben damit die Spieler das nicht mal machen müssen damit sie direkt spielen können und nicht noch Kleber kaufen müssen ist ja sehr nett aber wie gesagt dann hätte ich mal ein bisschen aufgepasst und dass die Teile auch zusammenpassen ich hoffe ja hier geht es noch ich hoffe dass die anderen nicht schlimmer aussehen und ja Details wie gesagt man erkennt alles man weiß wer es ist es ist dieser Panda mit dem Stock oder Stab und aber wir kennen von GW besseres oder von Dark Souls selbst die Figuren finde ich sehen besser aus also wie gesagt ich könnte jetzt 1000 Brettspiele aufsehen aber es gibt auch Brettspiele die wirklich scheiße sind dagegen also es ist ein es ist ein guter Standard nennen wir es mal so ja dann haben wir als nächstes hier unseren Cowboy ja und ihr seht schon hier wurde ja seht ihr das der Kopf steckt nicht zu 100% drin ihr seht schon die Haare sind da raus und das ärgert mich vor allen Dingen extremst weil ich habe da keine Chance ich muss da jetzt nacharbeiten extra wenn ich vernünftige Spielfiguren möchte und das finde ich einfach das ist nicht so cool ansonsten eine sehr hübsche Pose und Geste und die Figuren sich gefällt mir trotzdem sehr gut ja wie gesagt zu den ganzen Qualitätssachen könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben was ihr davon haltet vielleicht bin ich auch sehr pingelig kann sein aber jemand der so viel Geld dafür ausgibt immer für die ganzen Sachen kann da ruhig was pingelig sein denke ich ja er hat selbst auch eine richtig coole Pose er ist auch scheinbar relativ ne hat auch hier eine Lücke leider dann ist außerdem hier seht ihr das an der Base an den Beinen das ist nicht zu 100% drinne das ist auch total geil gemacht wieder also da haben sie ich finde schluderig haben sie hierbei schon gearbeitet muss man einfach mal sagen dann haben wir als nächstes unsere Gun Gale Tante die geht einigermaßen Base aber zumindest ist der Rest halbwegs zusammengesteckt irgendwie richtig aber sie sieht auch sehr hübsch aus aber man muss halt wirklich überall nacharbeiten wenn man wirklich sagt es soll ein hübsches Tabletop sein oder Brettspiel wie auch immer dann haben wir hier unsere naja unsere Psy-Fi Tante das hoffe ich mal soll so sein ich hau es mal ganz kurz selbst an ja ich denke mal das soll so was sein wie diesen miteinander mit so irgendwelchen Lichtbünden Lichtsachen verbunden was weiß ich denn also es soll so sein ja Qualität ist jetzt von der hier schon ein bisschen angegriffener aber es geht noch aber sie ist sehr hübsch sie ist sehr hübsch wie viel haben wir jetzt schon 2,4,5 es sind insgesamt 80 dann haben wir noch hier diese Assassinen und die haben wirklich alle sind die alle gleich hoch wir gucken mal Augenhöhe 4,5 ja und als nächstes ja hier haben wir hier so ein bisschen zum Stanzen müssen wir noch was wegschneiden die Base ach du Scheiße guckt euch mal das an was ist das guckt euch das hier an also das ist schon wirklich schlampig gearbeitet muss ich echt sagen das ist wirklich unter aller Sau dann hätte ich lieber die hier weggelassen hätte gesagt hier die müsst ihr selbst noch zusammenstecken das hätte keinen gestört aber das ist wirklich unterirdisch muss ich echt sagen da muss ich so viel nachmachen noch das kann eigentlich nicht sein sowas vielleicht habe ich auch nur Pech gehabt bei meiner Version kann ja auch sein aber finde ich nicht gut vielleicht sagt jetzt einer oder andere boah stellt der sich an aber hey Leute ja also ihr wisst was ich mache und von daher kann ich das denke ich auch mal sagen so aber der Move oder die die so wie sie drauf ist ja sieht schon cool aus dann haben wir hier einen richtig dicken Tank da stelle ich mir fast kaum vor dass der bei 4,5 ist der hat sogar Augenhöhe auf ja auf 4,5 auch ist der Wahnsinn der ist cool ist so ein kleiner dicker Tank sieht sehr nice aus Max steht drauf der scheint auch ordentlich zusammengeklebt zu sein auch hier unten an der Base relativ okay gut klar der steht hier auch mehr in der Luft wie alles andere kann man muss man auch nachbearbeiten also ich muss alle nachbearbeiten aber nun gut er sieht aber trotzdem sehr sehr nice aus dann kann der auch weg und wen haben wir noch hier haben wir noch eine die springt hier mit ihrer Peitsche ne Quatsch wer ist das achso das ist die von vorne hier diese kleine rosane Tante ja tja was soll ich hier zu sagen guckt euch das an absolut schief die ständ bestimmt normalerweise so so und nicht so die ständ 100% mehr so normalerweise aber ja rücken kann man da wahrscheinlich auch nichts mehr drin oder ne also das ist ne absoluter Scheiß muss ich ehrlich sagen die letzte Figur die haben sie richtig verschissen gefällt mir echt nicht also wenn ich jetzt dafür noch 110€ ausgegeben hätte und dann für so eine Qualität in dem Sinne auch wenn das Spiel super ist aber da hätte ich mich echt geärgert na gut nichtsdestotrotz wie gesagt wir haben wie viel 2, 4, 6, 8 Helden haben wir drin wir haben das ganze Spielmaterial und da sage ich die 50€ völlig ok aber wer 100% ausgibt dafür muss ich ehrlich sagen nein 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 ja Leute ich hoffe es hat euch gefallen hier ist das Spiel nochmal und ja dann sage ich mal bis zum nächsten Mal ich hoffe es hat euch gefallen lasst mir in den Kommentaren wissen und gerne weiter liken teilen abonnieren und so weiter und dann sage ich bis zum nächsten Mal macht's gut haut rein und dann